Du willst besser werden? Ich kann nicht bauen, Mann! Digga, du bist daneben gesprungen! Creator Code Marcel Scorpion mit zwei I für doppelten IQ. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ich hab heute mal den Camo geschnappt und wir haben so ein paar lustige One-on-Ones gemacht. Erst auf Nuketown, so COD-Style, ohne Bauen und so. Das hat auch Anton schon gemacht, das hab ich damals so gefeiert. Da hab ich einfach gefragt, yo, wärst du nicht ein Problem, wenn ich das auch machen würde? Er meinte, nein, kein Problem und deswegen kommt es heute bei mir auch. Und danach haben wir noch ein bisschen Mitbauen und so gemacht. Es sind auf jeden Fall viele lustige Sachen passiert, wie ich finde. Checkt auf jeden Fall auf Camos Kanalamt, Link ist in der Videobeschreibung. Mein Creator Code könnt ihr verwenden, Marcel Scorpion mit zwei I. Dann würde ich sagen, geht die Runde jetzt los. Abonniert für mehr Gaming-Content und go! Doch, wir machen jetzt Nuketown und dann machen wir Real. Real, okay. Bist du Real, kennst du das Lied noch? Welches? Bist du Real von Casey Rebel, wo Dagi B. im Video ist? Ähm, nee. Echt nicht, Digger, wow. Wow. Vielleicht kenn ich's, aber der Titel sagen wir jetzt nicht. Soll ich jetzt zeigen, wie man die Kisse hier easy zerstört? Alles klar, ich hab was gegangen. Bruder muss los. Okay, warte, ich glaub, wenn ich jetzt... Jawohl, guck mal, da hab ich den wohl in, Digger. So, Freunde, das war's mit dem Video, lasst den Mic da. Haut rein, bis zum nächsten Mal, okay. Okay, so, jetzt rüsten wir uns anscheinend erstmal auf. Achso, also muss man... Lass mir erst snipen, lass mir erst snipen, okay. Ich hab nen Sniper gefunden. Ich auch nen Sniper, ja. Okay, gut. Und das ist ohne Bauen, ohne alles. Und lass bei 100 Leben bleiben, okay. Ja. Ich seh dein Pfeil über deinem Kopf, Digger. Och, nö. Warte mal, das kann man doch irgendwie ändern, oder? Ja, dann musst du dann einmal respawnen, bevor man startet. Ui, was heißt respawnen? Spaß. Ja, ich dachte grad, löl, ich wollte's grad wirklich erklären, ne? Er wollte mir respawnen erklären. Oh, Gott. Ah, ah. Digger. Man kann einfach nicht so easy dodge wie in Cod, hab ich das Gefühl. Was ist denn mal so drauf, Digger? Du hackst so, Digger. Wusstest du eigentlich, dass dir... Ah, easy. In Cod bin ich wirklich der schlechteste Sniper, legit, Digger. Ich weiß nicht, ich konnte mit Rekern richtig gut immer sein, aber mit Sniper konnte ich daran nie anknüpfen. Ich hab halt ne Bolt und ne Heavy, das ist halt Unfall für mich. Digger, hä, wahrscheinlich für mich ist es für mich unfair, Digger. Ja, 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 mein Digger. Boah, du hast die mir so... Digger, ich bin so reingesprungen ins Rohr. Fühlt sich das für dich aber auch so richtig langsam an, einfach, wie du dich bewegst, wie du dich baust. Also man fühlt sich so richtig exposed und so richtig... Man fühlt sich irgendwie so ein Freakill, Digger. Was? Oh, sorry, Digger. Falsche Waffe, falsche Waffe. Warte, Trickshot. Uuu, der war sogar echt nice, Digger. What the fuck? Digger, das war ein Trampolin-Modus, wenn ihr zu heftigen Films habt. Uuuuuh! Uuuuh, Digger, jetzt geht's los! Ganz... als hätte ich hier gespawnt gehabt, Alter. Oh mein Gott. Digger, dieses Haus war auch... What, Digger, ich hab hier so abgekauft, dass du oben bist, Mann. Wirklich jetzt? Ja, und keine Ahnung, warum. Aber auf, wie ich jetzt hier zu trickrotten, Alter. Oh mein Gott, das riecht mal so schlecht. Was? Bye, have a great time! Ich eben meine, zwei erinnene Sie, Alter. Da kann man da eigentlich stoppen. Ja, wie du hast dich so langsam gedreht, Alter. Okay, wir machen, wer zuerst 5 hat mit Sniper. What? Okay, warte ich. Man kann nicht mehr abbauen. Ich bin hier drin komplett stuck, Digga. Ich kann nichts machen. Oh. Hey Digga, wie kannst du so schnell wieder schießen? Ich hab zwei Sniper. Wow, Digga. Ich hab die ganze... Ich dachte, wir machen mit Heavy und noch. Nee, ich hab die ganze Zeit nur eine. Okay, Digga. Ich wollte jetzt cheaten mit der Heavy Sniper, aber als ich sie aufgehoben habe, hast du mich schon geholt. Also was kam? Direkt kam, Digga. Okay, dann das jetzt mit Shotgun. Achso, als sie vorbei ist, ja okay. Ja, okay, Sniper. Ich hab einfach diese alte Heavy Pump, weißt du die... Okay, let's go. Hör sich auf der Digga um ein. Wow, Digga. Mit Schild? Weil hier die Schild rum, nee, wahr. Nee, ohne Schild, klar. What? Oh, das ist ein Out-of-Map-Shit. Ich bin so los. Hello darkness, my old friend. Oh nein. Oh nein. Ich kann nicht schießen. Das macht halt irgendwie 100 damage. Hä? 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 Ist hier ein Timelimit? Keine Ahnung. Ähm, machen wir jetzt bis drei mit Shotgun, dann machen wir nochmal AR und dann machen wir nochmal mit Bauern. Ja, ich kann die Kiste nicht aufmachen. Erlaubt's mir einfach nicht, Digga. Okay, dann geh ich zu der hier. Ich hab wieder die alte Heavy-Shit. Ich kann keine Kisten aufmachen, das war's. Ich muss mit Pick-Ax spielen. Ja, jetzt geht's los, wie ich so. Ich bin halt hier oben, da. Oh. Digga, dieser Peak, Alter. Das ist so lächerlich, Digga. Wir sagen, wir spielen wie bei C und D. Wir sind so auf Häusern, bei denen man nicht mal hoch kann, bei C und D. Aber ich spiel halt die W gerade, Digga. Achso. Ey, Digga. Digga. Von wo machst du mir einen Schaden? Nein. Oh mein Gott. Wow. Ich bin das halt so gar nicht gewöhnt, aber da würde ich endlich mal lernen, so richtig Shotgun-Kills. Okay, noch einen Kill. Wie viel hab ich dir gemacht? Hm, 88. Meine Fresse, du! Das ist halt das Ding so, du kriegst keinen HP zurück für den Kill. Oh, Digga. Vielleicht hätte ich dir sogar 100 Schaden gegeben. Okay, dann ist das irgendwas nochmal mit AR. Aber dann ohne Graveler oder so. Ja, ja. Es ist einfach wirklich, ohne Schild hast du halbes Leben in diesem Spiel. Wow, Digga. Dass das 100 die Hälfte von 200 ist, Digga. Hochphilosophisch, Digga. Aber in welchem Spiel hast du das noch mit halbem Leben spawnen? Weißt du, was ich meine? Ja, Digga. Das war aber echt gut, Digga. Na, was? Es geht schon... Digga, nein. Ich hab... Ja gut, dann zählst nicht. Okay, dann ab jetzt. Ja, nein. Also, Digga, das ist Spawn-Schutz. Digga, ich hab dich so gelasert, als musst du mal sehen, Digga. Sit down, Bro. Du bist drei mit Eier. Digga, einfach den Haus, Camper. R2. 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 Was, Digga? Hä? Digga, ich hab geschossen sogar. Ich hab auch L2 verwendet, Digga. Bruder ist halt Blumen. Oh, Digga, oh mein Gott, das ist echtes Wund. Siehst du mich? Nein. Ich seh dich. Ehrlich? Ja, ja. Hä, Digga? Jetzt nicht mehr. Oh, Digga, oh mein Gott, du bist ja eklig, Digga. Digga, was? Was sind Blumen? Oh mein Gott. Ja, Digga, da... So, okay. Okay, da hab ich mit AR gewonnen. Auf Entspann. Hä, was? Bis drei haben wir gesagt. Juck, ich hab's reingescholt gerade. Okay, Digga. Ich geb dir den Win. Okay, also Sniper und Shotgun gehen an dich, AR geht an mich. Und jetzt machen wir mit Bounce wieder sowieso an mich gehen. Es wird bald in Game so ein Vote System geben wahrscheinlich, wo du dafür eine Waffe voten kannst, die gewoltet ist. Also die nicht mehr im Spiel ist und dann votest du halt dafür, dass sie zurück kommt. Da steht dann Grappler, irgendwie Bounce Pad, Tactical SMG und so, sowas steht da zur Verfügung. Und ich glaub du musst dann in Game dahin gehen und für irgendwas voten und so. By the way, falls jemand das Video sieht, votet bitte alle für Bounce Pad. Und votet bitte nicht für Tommy Gun und votet bitte nicht für Grappler, sondern votet einfach für Bounce Pad. Dankeschön. Falls irgendwer das Video sieht, sagst du auch, Digga. Falls irgendwer dieses Video guckt, bitte, Digga. Wenn ich mit Sweezy hier 1-1s gemacht hab, ist es immer so klein, dass wir hier schon uns absolut bis auf den Tod bekämpft haben in diesem Raum. Ich finde, das sieht eigentlich nice aus hier so, wenn du hier so guckst. Mir gefällt die Map jetzt schon nicht, weil du so weit laufen musst bis zum 1-1. Ja klar, klar, klar. Mischst 1-1 die ganze Zeit da hinten, Digga? Ja, ja, das f*** ab. Okay, dann ist es echt scheiße. Ja, ja, aber ich sag ja nur, weil es cool aussieht. Ich hab auch noch eine andere gespeichert. Dann musst du dich nicht direkt so aufregen, Digga. Okay, sorry, Digga, jetzt bin ich frei. Nein, Digga, oh Mann, das klappt manchmal, Digga. Jetzt können wir nicht mehr spielen bei dir. Wie langsam lau... Was denkst du, wie langsam ich laufe, Digga? Das Ding ist, wir können die Falle nicht mehr abbauen, das heißt, wir müssen die Map neu starten, Digga. Na, okay, komm, ich wollte die Map eh nur einmal zeigen. So, jetzt gehen wir zu der richtigen. Also, schau, wenn du mich anguckst und ich irgendeinen Tanz mache. Mhm, was musst du denn drücken? Dann musst du einfach auf Emot picken und dann steht da Mimic oben links, glaub ich. Ah, ja. Und dann kannst du genau den gleichen Tanz machen. Da muss man nicht immer so ultralang suchen. Digga. Na, na, fun fact. Okay, also ich würde sagen, wir machen eine Ramp hoch und dann 90s, oder? Okay. Ready? Ja. 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 Das war's. Ja. Es war in diesem Moment, dass er wusste, dass er aufgerufen hat. Nein! Easy, Digga. So leicht geht es nicht, Bruder. So, ready yet? Du guckst schon wieder in eine komische Richtung, Digga. Was hast du schon wieder vor? Mach das! Nein! Das ist aber schwierig! Wie lange du gebraucht hast, ey. Ich kann doch so machen theoretisch. Ich wollte halt gucken, dass du genau nicht mehr so awaret bist, weißt du? Awaret also, ja. Ready? Ja. Nein, Digga, meine Stairs schief! Guck mal, Digga. Ich habe jetzt was krasses gestern gesehen von diesem Mr. Savage oder wie der heißt. Savage also? Mr. Savage oder Savage. Wo er gegen Issa gemacht hat, die machen das mit einer Pyramide, dass man die nur resetten muss. Ah, ich weiß. Dass die dann... Ich weiß. Dann kannst du gleich damit runterbreak. Bereits? Ja. Nein, nein, das nicht. Digga, dieser Boden, der tut so weh, Digga. Huh! Oh Gott! Du musst halt echt gucken, dass du nicht so exposed bist, während du hochwärmst. Digga, was passiert? Bei mir war gar keine Animation, Digga. Oh je. Nein! Warte, ich flieg wieder rein, ich flieg wieder rein, okay. Oh! Uh! Was? Digga, das ist schon wieder einfach weg, Mann! Ich dachte so, ich bin voll im Fight, aber steht da so, ich kriege noch so eine Text-Message, Digga. Ja, ich kenne das, das ist voll nervig. Aber hier hat das ja ganz cool gemacht, hier kann man so einen Counter einschalten. Siehst du, wenn du 2-0 führst, dann macht man... Ah, nice. Guter Counter, Mann. Du wirst, glaub ich, gegenspringen und nicht mehr ficken. Digga, ich hab's so abgebaut. Digga, meinst du, das ist schon wieder schief, Digga, ist das? Digga, ich recover davon, Digga, scheiß drauf. Ich kann dich alles bauen, tja mal. Digga, du machst immer diesen... Du hast immer diesen scheiß Boden überm Kopf, Digga. Das nervt so heftig, Digga. Dem regt sich auch im Roller-Dazo, glaub ich, der regt sich aber richtig darüber auf. Das fackt auch so heftig ab, Digga, ohne Scheiß, Mann. Kann ich so One-Shot sein, Digga? Digga, jetzt wirst ich... Digga, es wird wieder schwarz, Mann! Digga... Das ist so gut, Mann.